Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Ich hoffe es geht euch gut. Wir schauen einfach mal morgen und übermorgen, was denn noch so auf den Champions League Plätzen passieren kann, passieren wird zwangsläufig und was potenziell noch passieren könnte. Ihr seht's, ich bin auf der kicker.de Seite, das ist jetzt Werbung, aber unbezahlt natürlich. Kicker, ich empfehle es eigentlich immer wieder für mich eigentlich so mit die beste Übersicht, die wichtigsten Wettbewerbe und vor allem dann auch sowas wie einen Turnierrechner. Das heißt, man kann einfach die Partien, die noch ausstehen, tippen, hier seine eigenen Ergebnisse sozusagen eintragen und dann sieht man am Ende, was dabei rauskommt. Das geht in der Bundesliga, in der zweiten, in der dritten Liga. Das geht, glaube ich, eigentlich so gut wie in jeder Liga und vor allem halt auch in der Champions League und da kümmern wir uns jetzt drum. Ich will gar nicht länger drum rum, drum rum reden. Ja, die Werbung hier auf der rechten Seite ist jetzt Werbung in Werbung. Damit habe ich natürlich auch nichts zu tun, ansonsten würde ich euch das sagen. Ja, Gruppe A und direkt mal ein deutscher Teilnehmer. Das ist RB Leipzig. Wir sehen es aber. ManCity zwölf Punkte, uneinholbar Erster. Paris Saint-Germain uneinholbar Zweiter. Es geht also nur noch darum, wer wird Dritter, wer wird Vierter, wer scheidet komplett aus und wer kommt als Dritter, ich meine, in die Europa League. Ich glaube, mit der Conference League hat die Champions League gar nichts mehr zu tun. Glaube ich jedenfalls. Wenn es anders ist, tippt mir das gerne unten in die Kommentare ein. Ich glaube aber, der Drittplatzierte geht in die Euroleague zumindest, war das in den letzten Jahren immer so. Und ja, deswegen denke ich auch, wird das jetzt so bleiben. Aber wir haben kein direktes Duell. Wir sehen aber Punktegleichheit. Und das bedeutet, bei diesem Torverhältnis ist es sogar auch nach Torverhältnis richtig ausgerichtet. Aber eigentlich gilt der direkte Vergleich in der Champions League. Ich will dieses Video eigentlich gar nicht so ultra lang in die, also nicht so in die Länge ziehen. Aber das ist trotzdem vielleicht interessant. Was wir mal sehen können, sagen wir mal, Paris gewinnt 1-0 gegen Klub Brügge. Und Leipzig verliert auch gegen Man City. Jetzt haben wir noch, Klub Brügge hat minus 12 Torverhältnis, 4 Punkte. Leipzig hat minus 1 Torverhältnis, auch nur 4 Punkte. Ist natürlich nicht realistisch, was jetzt hier passiert. Aber nur, dass ihr es einmal wisst. Und ab dem 0-13 hat Leipzig das schlechtere Torverhältnis, also die schlechtere Tordifferenz. Ist aber trotzdem noch vor Klub Brügge. Das ist eben genau das direkter Vergleich. Und zwar hat das Hinspiel Leipzig verloren, 2-1. Rückspiel aber 5-0 gewonnen. Und damit geht der Vergleich, der direkte Vergleich klar an Leipzig. Und auch bei Punktgleichheit und schlechterem Torverhältnis würde Leipzig zumindest dritter werden. Ist aber unrealistisch. Und dennoch denke ich, Paris wird sich gegen Brügge durchsetzen. Nicht sonderlich hoch, aber ein 2-0 wird sie schon werden. Und ja, RB Leipzig gegen Man City. Leipzig wird, glaube ich, gut mithalten. Am Ende aber doch deutlich mit 1-3 verlieren. Das würde am Ende das hier in der Tabelle bedeuten. Es würde nichts mehr passieren. Man City und PSG gehen ohne Probleme in die K.O.-Runde. Und Leipzig, ja, geht in die Europa League und Klub Brügge wäre raus. So einfach. Und das machen wir jetzt einfach schnell für jede Gruppe. Liverpool, unheimholbar, alles gewonnen. Porto, AC, Mailand und Atletico, die haben alle noch die Chance aufs Weiterkommen. Liverpool gegen Milan. Ja, boah. Ich mache erst mal Porto gegen Atletico. Atletico, ja, tut sich tatsächlich extrem schwer. Gegen Porto. Ja, im Hinspiel auch nur 0-0 gespielt. Ich will eigentlich keine komischen Geräusche machen, aber mir fällt zu dieser Gruppe gar nicht so viel ein. Porto ist halt, boah, das ist wirklich so ausgeglichen. Ich halte Atletico aktuell wirklich nicht für so extrem stark, aber am Ende ist es dann doch irgendwie wieder Atletico. Ich glaube, Atletico gewinnt das 1-0. Wahrscheinlich 83. Minute, Elfmetertor oder so umstritten. Ich glaube, Atletico setzt sich durch. Und Milan gegen Liverpool. Liverpool, da geht es um die perfekte Bilanz natürlich. Alle Spiele gewinnen in der K.O.-Phase, wollen sie sicherlich auch. Und ja, Mailand muss unter diesen Umständen gewinnen. Ansonsten wird es nichts. Und ich glaube, dann werden sie am Ende viel riskieren, es aber nicht schaffen. Und Liverpool wird sich knapp durchsetzen. Das wäre dann für mich die Endtabelle. Liverpool 1. Atletico als 2. Gerade so durch Porto als 3. in die Europa League. und AC Mailand muss sich verabschieden. Das zeige ich aber natürlich dazu. Wisst ihr auch, das sind meine Tipps. Ihr könnt es, ja, tippt es gerne auf kicker.de nochmal nach. Und schreibt mir dann eure Meinung dazu in die Kommentare. So. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Stimme wieder einigermaßen geölt. Bin ja immer noch krank, wie ihr möglicherweise wisst. Gruppe C. Und da haben wir Ajax, Sporting, Dortmund und Bejikdas. Jetzt tritt das vielleicht mal interessant in Kraft, was diese, ja, der direkte Vergleich nochmal bringt. Ja, wobei, da müsste Dortmund auch so viele Tore schießen, dass es auffallen würde. Und wir sehen es auch hier, selbst da, Punkt, Gleichheit, eigentlich mehr Tore geschossen, auch die bessere Tore-Differenz. Aber Sporting hat eben den direkten Vergleich gegen Dortmund gewonnen und deswegen ist Dortmund raus. Also, wenn ich jetzt nichts, nichts übersehen habe, aber, ja, da wird sich, da wird sich nichts mehr dran ändern. Ne, Dortmund ist aus der Champions League bereits ausgeschieden. Ajax wird dann auch gegen Sporting für Sporting, die sind auch weiter, wird sich da nichts mehr geben. Dortmund, glaube ich, wird sich nochmal vor den eigenen Fans positiv verabschieden. 3-1 gewinnen gegen Bejikdas und dann geht Dortmund in die Europa League. Ist auch klar, da gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen, denn da steht tatsächlich schon alles fest. Gruppe D, ja, Real und Inter sind beide schon weiter und Sheriff, Tiraspol ist auch klar in der Europa League. Dann haben wir immerhin auch noch das Toreaktor-Duell Real gegen Inter Mailand. Ich glaube, das wird ein unterhaltsames 2-2. Schachter gegen Sheriff, ja, das wird Schachter knapp 1-0 gewinnen. Wird man sich am Ende aber auch nichts von kaufen können. Wir sehen es, Real als Erster weiter, Inter als Zweiter. Sheriff geht in die Europa League und Schachter ist raus. Gruppe E, da wird es zwischen Platz 2 und Platz 3 nochmal interessant. Bayern ist sicher weiter, Kiew ist sicher raus aus allem. Wird für Barcelona natürlich schwer. Ich glaube aber, oder ich bin eigentlich ziemlich der Überzeugung, dass sich Bayern da nicht die Blöße geben wird. Sie wollen die perfekte Bilanz haben. Das ist auch einfach Bayern. Sie werden auch 3-0 gewinnen. Barcelona, ja, ist aktuell in dieser Saison, ja, zwischendurch fangen sie sich immer mal wieder. Aber aktuell können die meiner Meinung nach nicht mit Bayern München mithalten. Nicht mal ansatzweise. Und Benfica, ich glaube, die werden gewinnen gegen Dynamo Kiew. Sich zwar sehr schwer tun am Ende 2-1 gewinnen. Und damit würde die Tabelle so aussehen. Bayern, perfekte Bilanz, geht weiter. Benfica rutscht am letzten Spieltag noch auf Platz 2. Barcelona geht nur in die Europa League. Das wäre natürlich heftig, aber ausschließen würde ich es nicht. Auch wenn wir sehen, den einzigen Punkt, den bislang Kiew gemacht hat, das war gegen Benfica. Wenn sie das schaffen würden, das jetzt nur theoretisch, dann würde Benfica nur Dritter werden. Ich glaube aber, Benfica gewinnt das zu Hause und geht in die Champions League. Barca muss sich mit der Europa League zufrieden geben. Und dann mal schauen, wie sie sich das schlagen werden. So, Gruppe F finde ich interessant besetzt. Manchester United, dann Villarreal, Atalanta Bergamo und Young Boys Bern. Manchester United sicher weiter. Und ja, hier wird es sich noch entscheiden. Wer spielt noch gegeneinander? Manchester United gegen die Young Boys Bern. Gucken wir mal spaßeshalber. Würde Bern gewinnen. Und Villarreal. Nee, also Young Boys Bern ist wohl aufgrund des direkten Vergleichs nicht mehr in der Lage dazu, Zweiter zu werden. Und ja, gut. Geht sowieso nicht, weil Villarreal und Atalanta natürlich gegenseitig irgendwer muss Punkte holen. Okay, alles klar. Ja, Manchester United gegen den Tabellenletzten. Das werden sie machen. 2-0. Weder ganz überragend noch schwach. Und Atalanta gegen Villarreal. Ich halte Atalanta für die bessere Mannschaft. Und die schießen auch gerne mal aus allen Löchern. Villarreal wird aber dagegen halten. Das wird ein Spektakel. Trotzdem, Atalanta gewinnt 4-2, sage ich. Und dann würde die Tabelle so aussehen. Man United als erster weiter. Atalanta rettet sich am letzten Spieltag noch auf Platz 2 in die K.O.-Runde. Villarreal muss oder darf in die Europa League. Und Young Boys Bern fliegen raus. Das war aber schon vorher klar. Ja, fast klar. Es sei denn, Atalanta hätte mega hoch. Oder Atalanta würde verlieren. Okay, ich habe aber nicht von aus. So. Gruppe G. Die vorletzte Gruppe. Und ja, das ist wahrscheinlich die spannendste. Hier kann noch wirklich alles passieren. Acht Punkte, sieben Punkte, sechs Punkte, fünf Punkte. Und jetzt wird es wirklich interessant. Der VfL Wolfsburg gegen Lille. Lille ist Tabellenerster. Das Hinspiel haben sie 0-0 gespielt. Und jetzt, ja, das ist eigentlich eine Wahnsinnskonstellation. Salzburg gegen Sevilla. Mache ich vielleicht mal als erstes. Salzburg gegen Sevilla. So, gehen beide 0-0 aus. Ja, ändert sich nichts. Ist ja klar. Hier glaube ich, Sevilla ist eigentlich eher diese Europa League Mannschaft. Wird sich Salzburg da durchsetzen können. Hinspiel unentschieden. Da hat Salzburg ziemlich viele Elfmeter bekommen. Oh, das ist, also diese Gruppe ist wirklich krass. Krass, unabhängig jetzt mal von den Namen, ob die jetzt super spannend oder interessant sind. Wobei ich Lille und Sevilla sowieso interessant finde. Dann Wolfsburg als deutscher Verein. Salzburg. Ja gut, über RB Salzburg kann man sich natürlich streiten. Aber für den einen oder anderen österreichischen Zuschauer vielleicht auch interessant. Aber die Konstellation ist halt super. Und Wolfsburg. Wird 1-0 gewinnen, sag ich. Wolfsburg gewinnt 1-0 gegen Lille. Und ich glaube Sevilla gewinnt auch. So leid es mir für Salzburg tot. Wobei... Das gehört auch so... Es geht 1-1 aus. Und das würde dann das bedeuten. Gucken wir mal. Wolfsburg wird Erster. Salzburg als Zweiter weiter. Lille dritter. Geht in die Europa League. Und Sevilla wäre ganz raus. Ja. Aber gut. Sevilla hat schon dreimal unentschieden gespielt. Das wäre jetzt das vierte. Wäre keine allzu große Überraschung. Ich glaube... Das sieht gar nicht so schlecht aus. Wahrscheinlich liege ich hier mit allem sowas von Meilen weit daneben. Aber gut. Das gehört so ein bisschen zum Spiel dazu. Und Haar... Ja. Da ist für Zenit und Malmö sowieso alles schon gegessen. Juve wird sich gegen Malmö durchsetzen können. Malmö tatsächlich dieses Jahr nicht konkurrenzfähig. Und... Ja. Chelsea wird knapp 1-0 bei Zenit gewinnen. Da wird sich nichts mehr ändern. Chelsea Erster. Juve Zweiter. Zenit als Dritter in die Euroleague. Und Malmö... Ja. Fliegt raus. Gut. Das war's tatsächlich. Wollen vielleicht nochmal kurz durchgehen. Man City, PSG weiter. Hier Liverpool, Atletico, Ajax und Sporting. Real und Inter. Bayern München und Benfica. Man United und Atalanta Bergamo. VfL Wolfsburg und RB Salzburg. Und Chelsea und Turin. Ja. Ich empfehle euch das. Macht gerne mal diesen Turnierrechner. Ist tatsächlich sehr interessant. Und man kniffelt auch hier und da mal ein bisschen rum. Ansonsten. Ich hoffe, wie immer es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch vielleicht mal einen Daumen nach oben. Und ein Abo da. Wäre mega Knorke von euch. Ansonsten bleibt auf jeden Fall gesund. Das ist das Allerwichtigste. Seid nett zu euren Mitmenschen. Vor allem zu eurer Familie. Auch wenn es manchmal schwer fällt. Haut rein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ciao.